Im Billard Salon sind noch irgendwelche Leute. Ich werde dir ein Geld machen, gib mir ein Exklusiv für meinen Podcast und ich werde nicht sagen, was ich über dich zu hören, dass du den Superstar am besten in der Nxt-Locker-Rum. Ich werde mir die Neuze über ein No-DQ-Match zwischen dir und Isaias Swerve-Scott. Ich werde mir die Neuze über ein No-DQ-Match zwischen dir und Isaias Swerve-Scott. Alter, was soll das denn werden? Junge, was wird dir falsch? Hä? Was versuchst du da? Hey, was wird das? Welche Gesicht ist, mein Freund. Hä? 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 Was? Was? Was wird das denn? Du bist immer noch nicht bereit. Du bist immer noch nicht bereit. Wow. Hä? Du willst noch jeden? Oh ne, will er nicht. Oh nein. Oh nein. Was war das? Was war das? Oh nein. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Ah, he kicked out. And he is incredulous after the kick out. Almost lost to his own moves. I've lost count of how many times this match should have ended by now. Swerve is one step quicker. What a striking combination. Boom. Top rope. Here we go. We're going to finish it off. Swart Harbaugh. Cover. One, two. Shower on shoulder. Power. Power. And now Swerve is getting beaten down. Yeah, Isaiah needs to be resourceful in this situation. He may be in a bad way here. Oops. Shit, quick move. I'm so important in the late stages of this match. I'm gonna get the wrong button. I'm going out. I'm going out. And he has all the time he rocks. Oh, no. Now that he has the candlestick, I definitely do not want to be in his path of destruction. Boom. And every single one hitting the mark. And Swerve expected that. Oh, what? Das war's. Jetzt reicht's mir. He needs to get himself some room to regroup fast and he has to start protecting himself from attacks. We're going to finish it off. Tom bomb for the win. There's two. How in the world did he kick out? How is that not three? No! Why? Why? Naam Ma amaz он настрой. He breaks after one after one. Still going to take a massive effort to keep him down. We've seen that rip before, Swerve in position. Mistake made by Swerve. These two showing how well scouted they each are. It's a goalie at home on that. Producing a trampoline. He bends off the attack. Off the top, Michaels. What's he gonna do? We're gonna finish it off. Oh, jetzt reicht's mir. Nein, nein, nein. Nicht Rope, nicht Rope. Fick dich. This must be over. Swerve is one step quicker. Big overhand. Oh, gets cracked by the overhand. An overhand punch. Caught with the lariat. Something's about to go either very well or very right. We're gonna finish it off. Swerve time bomb. And he continues to mount on the pressure. Yeah, this match is in his favor now. Oh, kicked out. How in the world did he do that? Just one step ahead. Big to the gun. What are we gonna see here? Beautiful succulent bomb. Dropping the elbow. And it's another attack above the shoulders. Gotta protect that region or the legs can go out fast. Nicht schon wieder. Oh Gott. Was? This is amazing. Nein, das ist ein Finisher. Ich kann da nicht raus. Alter, was für ein... Ich war so unpinnbar. Haben die das jetzt irgendwie gepatcht? Das müssen die gepatcht haben, dass man da nicht mehr so leicht rauskommt. Ich hab vier Batista-Bombs ausgehalten und bin rausgekommen. Ich hab... Irrne Scheiß. Der hat nicht so viele Finisher gemacht wie Batista und ich kam immer raus. Das müssen die gepatcht haben. Das müssen die gepatcht haben, dass das schwerer wird. Ich brech mir da an dabei. Bei dem Versuch. Das wird ja immer schwerer. Toll. Jetzt bin ich nicht mehr unpinnbar. Die Dreckigen. Ich hatte keine Chance gegen den gerade. Der hat alle meine... Ich habe fünf Finisher gemacht, die hat alle fast gekontert. Und Klaus, bist du das? Ich habe keine Chance gegen den Klaus. Aber ich war nicht gestern geboren. Ich weiß, dass es nicht einen Athleten namens Maya Normas. Der passt zu so einer Situation immer. Mansoor! Mansoor! Hö, was? Wie weit springt er bitte? Was? 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 Ach, Fick dich. Und ich dachte vorhin auch, dass ich mit zwei RKO's den jetzt endlich hab, ne? Und dann Rope Break. Und dann verliere ich das Match noch, ne? Und dann, Rope Break. Und dann, Rope Break. Und der ist so ein Pisser? So einfach? Und dann, Rope Break. Mal gucken, was William Regal für mich hat. Vielleicht, wenn er jetzt schon ne Titelchance hat oder so, das wär nicht so geil. Ich will dann lieber doch noch die anderen Sachen erst mal machen. Wenn du nicht, wenn du nicht hörst, das NXT Breakout Tournament ist gerade bei der Körner. Dieses Jahr ist es zu NXT und NXT-UK-Superstars open, die nie in NXT-Title-Opportunität nicht bekommen haben, was bedeutet, dass du bereit bist. Was bekommt der Winner? Wir sind sicherlich. Der Winner wird ein Champions-Match von ihrer Wahl an NXT TakeOver gewinnen. Also, sind Sie interessiert in teilzunehmen? Noch nicht, noch nicht. Ich denke, ich würde lieber eine Champions-Match von meinen eigenen Termen erhören. Also, antwortet mich. Es ist deine Karriere. Mein Hund hat mehr Sweater als ich. Hoch damit! Juck kein und hör auf mit den dämlichen Großbuchstaben. Okay, warum hast du es denn dann gerade auch gemacht? Wollte nur zeigen, wie blöd es aussieht. Warum zeige ich dir nicht, wie blöd du im Ring aussiehst? Gut. Ich habe schon ein anderes Match, aber danach werde ich Oney Lorcan in den Hintern treten. Hoch damit! Schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, yeah, I like it. And here's a superstar that has all the tools to be one of the biggest names this business has ever seen. We're not ready to crown his next big thing just yet, but his performance in this match could sway me. You're not the only person to be looking to convince tonight. And he's facing off against Trent Seven, the gentleman brawler from the United Kingdom. Yeah, Seven is such a unique athlete and a surprisingly efficient striker. Trent has the experience of flying the flag of British Strong Style as well as anybody. Starring back to his feet, but he might not know where he is. Heads up high. Slipped out of the way. Heeds aside. Jeez. Uh-oh. He paid for that one. Oh, man. Big time. To the back of the neck. Scottish Sickle. Nice counter from Trent Seven. Great wherewithal on the counter. Hanging back with their own counter. Oh, foot just stomping down. Oh, no. Right to the back of the neck. And the veteran seven looked a little overpowered on that. No need to panic. He's still swinging. Oh, vicious knee lift. Poison run-up. Dropping the elbow. Oh, God. Trent Seven is failing to offer any resistance here. Trent has to keep looking for a solution. Get him into the corner. Going way up high. Oh, God. We're going to finish it off. Come on, come on, come on. Ow. To get the advantage here. That might be what gets Trent out of Jeopardy. Mistake made by seven. To the back of the neck. Scottish Sickle. Oh, God. Oh, God. And now he's producing some overwhelming... ...and now he's producing some of his... ...the advantage is squarely in his corner. Oh, God. Oh, God. And now he's producing some of his... ...and 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 now he's producing some of his... Das war drei. Danke. Gön dir einen Döner. Ich bin der schlechteste Wrestler bei NXT. Und Lorkans Hund würde mich verprügeln. Mein Gesicht sieht aus wie Rikishis Hintern. Niemand mag mich, nicht mal meine Mama. Und Lorkan ist der Lieblingswrestler meiner Mama. Ich rieche wie ein Furz, der nach 200 Jahren aus seiner Flasche kommt. Und Lorkan wird alle WWE Championships gleichzeitig gewinnen. Sogar die von den Frauen. Was ist denn falsch? Was? Da hat jemand mich gehackt. Wow, danke für die Komplimente. Aber vielleicht solltest du dein Handy mit Passwort sichern. Nur ein Vorschlag. Hoch damit! Diese letzten Nachrichten sind alle nicht von mir. Ich war im Ring, als das gepostet wurde. Eindeutig das Werk von One Lorkan. Ich bin unschuldig. Und bist das jetzt überhaupt wirklich du? Vielleicht müssen wir dir das persönlich klären. Die Vögel sind von einem Lorkan. Und wenn es Lorkan gibt, anspruchs, was übernehmen. We'll be 2017-2022 Anbieter und weiß. Und wir wissen. Von behindern. Wir gucken dich real lustig, huh? Wir wissen, wenn du unter dem Lorkan ist. Wir gucken. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich der Böse bin, ne? Weil er hat ja diese Nachrichten von meinem Handy ausgeschrieben, ne? Ich wurde Backstage verdroschen, aber noch schlimmer, mein Handy ging kaputt. Da war eine Nachricht von meinem verstorbenen Opa drauf. Nicht cool. Das hast du verdient. Aber von der anderen Sache wusste ich nichts. Wie willst du das wieder gut machen? Ich kann deinen Opa nicht zurückbringen, was soll ich tun? Kauf mir wenigstens ein neues Handy. Okay, ich muss mich auf mein Match konzentrieren und habe keine Zeit für den Quatsch. Okay, ich kaufe dir ein neues Handy, wenn du dann Ruhe gibst. Cool. Aber wir sind noch nicht quillt. Vor allem, sowas würde ein Bösewicht nicht sagen. Ich kaufe dir ein neues Handy, was ist denn das? Ah, Mansoor schon wieder. Mansoor ist, dass er eine große Inspiration für die Mittel-Eastern-Superstars hat. Mansoor ist sicher, dass er all diese Energie und die Determination in dieses Match hat. In dieser Kampf, seine Gegner hat eine neue, mehr aggressive Attitude. Wir werden sehen, ob diese neue Angelegenheit produziert werden. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er nimmt die Kontrolle. Ein weiterer Versuch. Ein weiterer Verarsch. Ein weiterer Eier für ein Eier. Oh! Oh! Wird nicht funktionieren. it's a great way to topple the competition. Curling your own body like that is insane. Dropping the elbow. And Mansoor's momentum slipping away from him now. Yeah, Mansoor has to weather the storm here. Run right through with the spear. Ha! Dodges. Four! He'll take things into the ring. From behind, hooks the leg, leg hook belly to back. One, two, three. auch das hilft nicht mehr es ist Oh, look at this. Is it enough, guys? Is it enough to get back in this match? Wow. So far, so good. We got a cover. Fights the shoulder up in one. Oh, the punishment he's taken, and yet he's still in this match? And Mansoor gets stoned. Oh, clothesline. Looking for a little bit of high risk here, it seems. We're going to finish it off. Swank on bomb. Double axe handle. Mansoor out of bounds. Play more. Swank on. Oh, no way. Oh, no. Mansoor's out. That's it. Mansoor's out. Can he put this one away? Two counts. What? What? You gotta be kidding me. Surviving that maneuver is absolutely amazing. That was plan A. And it didn't work. He must be thinking about plan B at this point. And Mansoor is brought to a disadvantage now. Yeah, Mansoor has to weather the storm here. He's going for an arm. We're going to finish it off. Oh, yeah, haha. Oh, yeah, haha. Oh! Ah, verdammt! Nein! Das ist ein Signature oder Niesiger Finisher! Ah, f*** dich! Er macht die Farbe! Und ein Kicken! Ich kann nicht glauben, was ich jetzt sehe. Niemand kann. Ich sah das einen kommen! Er hat sich advantage. Mansoor escapes der attack. Oh! Jetzt aber! Der ist tot! Ich habe irgendwas über meinen toten Opa erfunden und Tentakel Sand dazu gebracht, mir ein neues Handy zu kaufen. Hoch damit! Wow, das ist ein neuer Tiefpunkt! Dafür wirst du bezahlen! Nein, du hast bezahlt! Und zwar mein neues Handy! Dicke Lipp im Netz riskieren, was? Mal sehen, ob du im Ring auch noch lachst! Ich habe dich einmal vermöbeld, ich vermöbel dich wieder! Ja, es wird Zeit, das in einem Match zu regeln! Nächste Woche bei Next T! Cool! Mein sehr lebendiger Opa wird mich gegen Tentakel Sven kämpfen sehen! Hallo Opa! Ich werde ihn sowas von die Fresse polieren! Ich werde ihn ins nächste Leben boxen! ... ... ... Ich habe ihn schon erwartet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 He said he'll be making a statement in this match tonight and will deliver it emphatically. He said he'll be making a statement in this match. Ich betone das übrigens nochmal, das ist die Bösen-Storyline und wir sind die Bösen. Und his opponent, from Boston, Massachusetts, weighing in at 195, Oney Lorcan. It's simple, he'll walk you in the ring and punch you right in the face, he don't care. He'll buy you a drink at the bar just so he can use the glass to hit you in the head with. Oh, that's a little uncomfortable to hear. Oney Lorcan's all about nothing fancy, tough as nails, just likes to fight. We've seen superstars come to blows for many reasons over the years, but this has to be one of the more unique rivalries. Yeah, what started as a social media platform escalated into only Lorcan's phone getting destroyed and then Lorcan tricking his opponent into buying him a new phone. As much as I love a classic battle over social media posts and the smashed cell phones, I hope this issue is finally settled here tonight. Because I think I've used all my minutes caring about this. Oh, what is this for a... Larkin counters. A counter answered by another counter. And a drop. Stomping. Ouch. Kraft, you wait to get out of harm there. Every single one hitting the mark. Climbing the turnbuckle now. He's got to know he's in harm's way here. Take off. Got it. Scout it. He turns it around. Big elbow drop. What impact on that knee lift. And then the points are on up. Oh, man. Oni Larkin in a state of distress. Oni needs to re-strategize right away. Heads out of the ring. What's next? He's got the target acquired. Just a matter of moments. Oh, fuck. And that can keep Oni down. Two. What in the world? Wait, are we sure that was not a three count? You can't count that. Last accident, but that was one of the closest near-files you'll ever see. And it may just take going to the well one more time with that maneuver to gain the pinfall. We're going to finish it off. A lot of momentum now on his side. Nothing is going to stop him now. Well, and Oni Larkin finds a way to kick out. This is no time to hesitate. You can feel the end coming. Oh, and Oni Larkin counters. Oni doing what he can do to halter the beatdown. If Oni was looking for an opportunity to pull the one. To the top rope. The drop kick. This match grinded him down a little. He got whipped into that corner. Counters. Oh, Byron, you hear the sirens. Here it is. And a way bomb. And an elbow drop. Oh, yeah. Let's just all take a moment to truly appreciate and embrace his presence. Got to find a way to get out of this. No. Someone called a dentist. He's turning the tables. No. No. This is a... Go not. That was... Ja oh Scheiße Die The Asian nightmare He really displayed his prowess in victory after that win this superstar stock is rising and they are dancing all the way to the pay window I I I I I I